Valuta in Zusammenarbeit mit Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung und Graubündner Kantonalbank. Ein Hund oder eine Katze ist für viele wie ein bester Freund. Darum wird es oft emotional, wenn das Haustier krank ist oder durch einen Unfall verletzt wird. Das ist Valuta heute zum Thema Tierversicherung. Die Behandlungen in Tierpraxis und Medikamenten können schnell ins Geld gehen. Besonders wenn das Tier operiert werden muss. Basiert ist im Alltag schnell etwas. Wenn die Katze oder der Hund plötzlich auf die Strasse springt und von einem Auto angefahren wird, kann das schwere Verletzungen zur Folge haben. Auch wenn das Tier krank wird oder vergiftet ist, ein Besuch beim Tierarzt wird schnell nötig. Lohnt es sich darum, die Tierversicherung abzuschliessen? Was bringen so Polisen wirklich? Und welche Risiken treibt man, wenn der eigene Hund jemanden beisst? Darüber reden wir jetzt mit Marc Lindauer von Helvetia. Guten Abend. Guten Abend. Mit welchen Gesundheitskosten muss man als Tierhalter so rechnen? Ja, das ist relativ unterschiedlich. Wenn sich das Tier verletzt, z.B. ein Bein bricht und ein langer Spitalaufenthalt hat, kann das schnell mal 3'500 Fr. kosten. Auch eine Vergiftung kann ins Geld gehen. Da reden wir um die 1'000 Fr. Wenn es dann um schwere Unfälle oder Krankheiten geht, dann kann es auch sehr teuer werden. Ja, das ist richtig. V.a. chronische Krankheiten. D.h., sie kommen immer wieder und man braucht immer wieder eine Behandlung. Die werden sehr teuer. V.a. auch, weil das Tier eine längere Zeit im Spitalaufenthalt hat. Und aber auch, weil es gewisse Behandlungen gibt, die man machen muss. Z.B. ein Röntgenbild einer Hüfte oder so. Was ist denn überhaupt alles in so einer Tierversicherung drin? Das kommt ganz darauf an, wie die Polissen ausgestaltet ist. Es gibt auch verschiedene Pakete, die man wählen kann. Man kann Krankheiten und Unfall miteinander versichern oder auch beides einzeln. Also eigentlich ähnlich wie bei der Menschenmedizin, bei den verschiedenen Paketen, die es gibt. Genau, richtig. Bei der Krankenkasse von uns Menschen, da kennt man ja die Grundversicherung. Die ist bei allen gleich. Und obendrauf gibt es eine Zusatzversicherung. Bei der Tierversicherung ist das nicht genau gleich aufgebaut, aber es gibt auch verschiedene Pakete, wie gesagt. Z.B. bei unserer Waumjau-Versicherung kann man wählen zwischen einem Basic, Clever oder Optima-Paket. Wie sieht es jetzt bei der Tierversicherung aus? Bei Impfungen oder bei Vergiftungen gehört man leider auch immer wieder? Ja, das ist richtig. Eine Vergiftung, das ist ein klassischer Unfall. Wenn z.B. der Hund einen Köder frisst, den jemanden ausgelegt hat, was leider immer wieder einmal vorkommt, dann geht es, wie gesagt, über die Unfallversicherung. Impfungen, das ist ein Zusatz, den man dann drin hat. Und je nach Paket, ist es versichert oder nicht. Und Impfkosten werden ebenfalls dann getragen. Danke einmal für das Erste. Wie bei den Versicherungen bei den Menschen gibt es auch bei den Tierversicherungen verschiedene Varianten, die man wählen kann. Wenn man einen höheren Selbstbehalt wählt, zählt man auch eine tiefe Prämie. Bei vielen Anbietern kann man auch sagen, ob man sein Haustier nur gegen Unfall oder Krankheit oder gegen beides versichern möchte. Auch das bei Einflussprämien. Wählen kann man auch, ob man nur eine Standarddeckung oder auch noch eine Zusatzversicherung wünscht. Ja, Marc Lindauer, was gibt es da für Zusatzversicherungen, die eben über diese Standardlösungen hinausgehen? Ja, wie gesagt, Standard, das ist meistens Krankheit und Unfall, dass man das kombiniert. Als Zusatz kann man v.a. die Impfkosten versichern oder eben, wie ich auch schon erwähnt habe, die chronischen Krankheiten. Also wenn man ein Tier hat, wo man weiss, dass man rassenbedingt Erbkrankheiten z.B. hat, dann kann man diese mitversichern. Das zahlt natürlich auch ein bisschen mehr Prämien. Wir haben vorhin schon ein bisschen über die Paketlösungen gesprochen. Mehr Leistung im Paket bedeutet auch mehr Prämien. Genau, das ist richtig. Prämien werden grundsätzlich zusammengestellt, was ist es für ein Tier, was ist es für eine Rasse, wie gross ist das Tier. Und dann selbstverständlich, wer mehr versichert haben will, der zahlt ein bisschen mehr. Wenn man einen Hund, eine Katze oder ein anderes Haustier hat, dann will man das Beste für das Haustier, für viele ist es wirklich wie ein Freund oder sogar wie ein Kind zum Teil. Aber lohnen sich so Tierversicherungen wirklich? Diese Frage wird mir relativ oft gestellt. Das ist richtig. Wie Sie erwähnt haben, kann ein Haustier eine sehr enge Bindung haben mit der Familie. Und die Kosten kann man nicht kalkulieren, was so ein Tier verursacht. Für viele Leute ist es aber eine planbare Investition. Das heisst, sie wissen, jedes Jahr habe ich Gesundheitskosten für mein Tier von einem Betrag X. Und das gibt einem ein gutes Gefühl. Selbstverständlich gibt es Tiere, die immer gesund sind. Das ist genau gleich wie bei uns Menschen. Dann hat sich die Versicherung nicht gelohnt. Wenn aber mal ein Fall eintritt, wird das sehr teuer. Und dann bin ich der Meinung, lohnt sich die Versicherung definitiv. Immer wieder hört man oder liest man leider an von Bissattacken von Hunden. Wer zählt in so einem Moment? Biss ist ja... Das muss man ein bisschen differenziert anschauen. Wird der Hund bissen von einem anderen Tier, ist es ein Unfall. Aber wenn zum Beispiel der eigene Hund jemand anders biisst, also ein Mensch verletzt, dann ist es so, dass das Haustier immer noch als Sache vom Hundehalter angeschaut wird. Und das heisst, der Hundehalter muss in seiner Privathaftpflicht versichert sein. Dort ist es so, dass die Tiere grundsätzlich mitversichert sind, falls die einen Schaden verursachen. Wichtig ist aber vor allem, dass auch die grobverlässige Handlung sicher eingeschlossen ist. Ich empfehle da eigentlich immer, dass man mit einem Versicherungsberater zusammensitzt und einmal schaut, wie bin ich überhaupt aufgestellt, was könnte mir passieren. Und dann kann der eigentlich sehr genau Auskunft geben. Gibt es noch andere Punkte, wo man beachten sollte, wenn man jetzt so eine Tierversicherung abschliessen will? Die Tierversicherung abschliessen, das ist relativ einfach. Das kann man einem Versicherungsberater anrufen, wenn man das zusammen anschauen kann. Man muss nur die Hunderasse, Bissen und Chipnummern haben. Was man sicher nicht vergessen darf, wenn ein Tier krank wird und einen Unfall hat, kommen halt auch noch Zusatzkosten auf einem zu. Je nachdem kann es sein, dass man Spezialfutter braucht oder eben das Tier eine Nacht in einem Spital liegen muss. Das ist sicher wichtig, dass man das nicht vergisst. Danke vielmals, Marc Lindauer. Danke auch. Eigentlich ist für die meisten klar, dass sie ihr Geld möglichst breit diversifiziert investieren sollten. Aber nicht immer hilft Diversifikation bei Marktturbulenzen. Wie erreicht man eben diese optimale Diversifikation? Und was muss man beachten, dass man auch in schwierigen Zeiten einen besseren Risikoschutz erreicht? Wir bringen Analyse und Tipps zum nächsten Mal wieder in Valuta. Einen schönen Abend.